Hallihallo, willkommen zurück. Wir wollen heute ein wenig über Logik und Rekursion sprechen und zwar in dem folgenden konkreten Sinne. Beim letzten Mal hatte ich ja angefangen Ihnen zu erklären darüber, wie man Logik benutzen kann, um Datenbankanfragen zu beantworten oder auszudrücken zunächst einmal. Und dass relationale Datenbanken letztlich nichts anderes sind als endliche Interpretationen in der Logik. Zumindest auf einem angemessenen Abstraktionsniveau, was ein Stück weggeht von der eigentlichen Implementierung. Wir hatten aber gemerkt, dass in diesem Zusammenhang Rekursion auch eine große Rolle spielt. Rekursive Anfragen im Sinne von zum Beispiel Erreichbarkeitsanfragen hatte ich Ihnen vorgestellt. Und dass die Logik dort Begrenzungen hat, dass es dort nicht gelingt, mit Logik erster Stufe, mit Prädikatenlogik eine entsprechende Anfrage zu formulieren. Und heute wollen wir sehen, was man dagegen tun kann, wie man trotzdem mit Logik in Richtung Datenbankanfrage und Datenbankanalyse, auch rekursive Analyse, gelangen kann. Herzlich willkommen also zurück. Mein Name ist Markus Krötsch. Das sind die Vorlesungen zum Thema Theoretische Informatik und Logik der TU Dresden. Ja, beim letzten Mal hatte ich Ihnen ungefähr das hier gezeigt. Das war also unser Beispiel zum Thema Relationale Daten in diesem kleinen Schema, in dieser kleinen Datenbank. Wir haben Linien, Haltestellen und Verbindungen. Und insbesondere die Verbindungstabelle eignet sich jetzt sehr gut, um Erreichbarkeitsanfragen zu modellieren. Und darüber hatte ich gesprochen. Ich zeige Ihnen das nochmal zur Erinnerung, damit Sie wieder wissen, wie diese Tabellen hießen. Denn wir werden weiter Beispiele damit sehen, zumindest zum Teil. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass, ohne dass ich das im Detail bewiesen hätte, mit Prädikatenlogik in einem gewissen Sinne nur lokale Eigenschaften getestet werden können. Wir können also prädikatenlogische Formeln verwenden, um Datenbankanfragen gegen so eine Struktur auszudrücken. Aber so etwas wie Erreichbarkeit ist zwar relevant, aber nicht darstellbar. Und da hatte ich Ihnen zuletzt gesagt, dass eigentlich das, was uns hier fehlt, die Rekursion ist. Denn ich könnte die Haltestellen, die ich von Helmholtzstraße aus erreichen kann, zum Beispiel dadurch rekursiv definieren, dass ich sage, zunächst einmal ist die Haltestelle Helmholtzstraße selbst von Helmholtzstraße aus erreichbar. Und dann weiterhin ist jede Haltestelle erreichbar, die neben einer anderen Haltestelle liegt, welche von Helmholtzstraße aus erreichbar ist. Und der zweite Punkt ist der Rekursive und wir wollen natürlich in der Antwort dieser Query nur die Haltestellen finden, die aufgrund des ersten oder des zweiten Punktes darin enthalten sein müssen. Wir suchen also die kleinste Menge von Haltestellen, die da drin liegt. Und das ist in gewisser Weise auch das, was das Besondere hier ausmacht, was die Schwierigkeit ausmacht im Vergleich zu dem, was Prädikatenlogik auch tun könnte. Das wollen wir gleich noch ein bisschen näher sehen. Wie ist es nun mit Rekursion in der Logik? Also wir haben dieses Beispiel, was ich Ihnen gerade nochmal erklärt hatte und möchten das gerne logisch ausdrücken. Und wenn man das so sieht, die Teile 1 und 2 dieser Definition, dann denkt man doch eigentlich, so schwer ist das letztlich gar nicht. Man kann das doch in logischen Formeln aufschreiben. Insbesondere ist das, was in der zweiten, im zweiten Anstrich steht, ja letztlich so etwas wie eine Implikation, nicht? Also wir sagen, wenn eine Haltestelle neben einer erreichbaren Haltestelle liegt, dann ist sie selbst erreichbar. Und das könnte man sich also schon vorstellen als logische Formeln. Wir verwenden ein Prädikat erreichbar und dieses soll alle gesuchten Haltestellen enthalten. Der erste Punkt ist dann einfach die Zusicherung, dass Helmholtzstraße selbst erreichbar ist. Das nehmen wir hier als Konstante. So war es auch in der Datenbank dargestellt. Und die zweite Regel sagt, wenn ein x erreichbar ist und es eine Verbindung gibt von x nach y mit Linie z, dann ist auch y erreichbar. Und hier vereinfache ich ein bisschen, in der Datenbank waren da numerische Bezeichner verwendet worden. Wir könnten uns aber auch eine Datenbank vorstellen, wo direkt Helmholtzstraße drin steht. Oder wir interpretieren Helmholtzstraße als der numerische Bezeichner. Okay, das sind also die beiden Formeln, die gelten sollen. Und in gewisser Weise drückt das doch genau das aus, was hier oben steht. Und sieht auch gleichzeitig sehr nach bei der Kartenlogik aus, nicht wahr? Also fragen wir uns in gewissem Sinne sicherlich, was ist hier eigentlich das Problem? Warum kann man das nicht ausdrücken? Ist das nicht eigentlich die Lösung sogar für das, was wir hier sagen wollen? Es stellt sich aber heraus, dass das Ganze, wenn man das so modelliert, nicht in das Schema von Datenbankbeantwortung passt, das wir vorher kennengelernt haben. Ich hatte nämlich Ihnen ja erklärt, dass eine Beantwortung einer Datenbankanfolge, die man als logische Formel versteht, letztlich das Lösen eines Auswertungsproblems, eines sogenannten Model-Checking-Problems darstellt. Das heißt, ich habe eine Interpretation gegeben, das ist mein endliches Modell, meine Datenbankinstanz. Und ich möchte jetzt eine gegebene Formel auf dieser Instanz auswerten. Also möchte Belegungen für diese Formel finden, die die Formel wahr machen. Oder beziehungsweise ganz genau genommen wäre das Model-Checking-Problem zunächst einmal, dass die Formel variablenfrei ist, also keine Belegungen mehr benötigt. Ich habe schon irgendwas eingesetzt in die entsprechenden Stellen. Und ich möchte jetzt checken, überprüfen, ob die Interpretation, die als Datenbank hier vorliegt, ein Modell ist für diese Formel. Das ist Model-Checking. Und so kann man Anfragen beantworten. Für jedes Tupel, was wir als Ergebnis einer Anfrage erwarten würden, müsste, wenn man das Tupel an die freien Variablenstellen einsetzt, auch eine Formel entstehen, für die die Datenbank ein Modell ist. Das ist also die Art, wie das zusammenhängt. Und jetzt sehen wir aber hier, wenn wir diese beiden logischen Formeln hier benutzen, die wir für diese rekursive Modellierung verwenden können, dass das nicht unbedingt so interpretiert werden kann, wie man das beim Model-Checking machen würde. Model-Checking würde ja bedeuten, wir prüfen, ob die Datenbank diese Formeln erfüllt. Wir prüfen, ob in der Datenbank steht erreichbar Helmholtzstraße. Und wir prüfen, ob in der Datenbank diese Beziehung hier erfüllt ist. Und das heißt insbesondere prüfen wir, ob es bereits eine Tabelle gibt, die erreichbar heißt und die richtigen Werte enthält. Das könnte man mit Model-Checking herausfinden. Das heißt, die Modelle dieser Formel Q oder dieser Formel Menge, die aus diesen beiden Formeln besteht, wären jetzt genau die Interpretationen, genau die Datenbanken, in denen erreichbar als Tabelle vorkommt und zumindest die von Helmholtzstraße aus erreichbaren Haltestellen enthält. Keine dieser Formeln sagt uns, dass es keine weiteren geben darf. Also insbesondere, wenn zum Beispiel alles erreichbar wäre, dann würde das auch diese Formeln erfüllen und wäre aber nicht unbedingt das, was wir gemeint haben. Eine gegebene Datenbankinstanz, mit der ich also arbeiten könnte, wenn man sie als Interpretation betrachtet, wäre also normalerweise kein Modell für diese Formeln, außer es gäbe schon eine Tabelle, die genau die Antworten für unsere Anfrage enthält, was eher nicht das Typische ist für eine Datenbankanfrage. Wir möchten ja an der Stelle ein neues Ergebnis generieren und nicht prüfen, ob die Datenbank das Ergebnis schon enthält. Mit anderen Worten, Model-Checking ist einfach nicht die richtige Art, diese Formeln zu interpretieren. Also sie sind zwar in einem gewissen Sinne eine Darstellung unserer Anfrage, aber nicht in dem Sinne, wie wir das bisher betrachtet haben. Und das ist allgemein was ziemlich Wichtiges, dass man, wenn man mit Formeln hantiert, oft verschiedene Betrachtungen hat, eben insbesondere die des Auswertens, des Model-Checkings auf der einen Seite und dann wiederum die des logischen Schlussfolgerns, im englischen Entailments auf der anderen. Und das sind zwei unterschiedliche Sichtweisen. Ich kann die gleichen Formeln auf beide Arten betrachten und je nachdem, was ich vorhabe, ist vielleicht eine logische Modellierung, die ich tue, korrekt oder eben auch nicht korrekt, weil sie sich für diese und jene Betrachtung eignet. Also wir haben gesehen, was ich hier modelliert hatte, eignet sich nicht, um mit Model-Checking etwas über einer Datenbank zu formulieren. Trotzdem hatten wir natürlich die Intuition, dass das in gewisser Weise das Problem erfasst. Und wie das dann zu lesen ist, damit das auch wirklich passiert, das möchte ich Ihnen als nächstes erklären. Wir möchten also weggehen von der Model-Checking-Perspektive und nehmen eine andere Perspektive ein. Wir sehen die Datenbank jetzt nicht mehr als eine Interpretation, als ein Modell, sondern wir sehen die Datenbank-Instanz als eine logische Theorie. Und das ist etwas ganz anderes. Ich hoffe, Sie haben die Begriffe inzwischen verinnerlicht, mit denen wir arbeiten. Logische Theorien, das sind also Mengen geschlossener Formeln. Das heißt, das sind syntaktische Gebilde, Dinge, die ich aufschreiben kann, wohingegen logische Interpretationen, relationale Strukturen, das sind semantische Gebilde. Das sind die Welten, über die die Logik Aussagen trifft. Das sind also ganz unterschiedliche Sichten, aber ich kann ähnliche Strukturen in Ihnen darstellen, weil wir wissen, Syntax und Semantik sind manchmal gar nicht so weit voneinander weg, siehe Erbrot. Und so können wir das hier auch machen. Wir können die Datenbank uns vorstellen, nicht als eine endliche Interpretation, sondern eher als eine endliche Menge von Fakten. Wobei ein Fakt einfach eine Formel ist, wie hier im Innern der geschweiften Klammern zu sehen, also Prädikat von einer Menge von Konstanten. Also das heißt, ich stelle mir vor, dass die Faktenmenge Fi, die ich hier habe, eine Menge von solchen Sätzen ist, die also keine Variablen enthalten und nur ein Atom umfassen. Und für jede Tabelle P habe ich für jede Zeile der Tabelle C1 bis Cn, die in dieser Tabelle steht, das ist das, was hier hinten ausgedrückt wird, habe ich so einen Fakt, der sagt, dass das so sein muss. Also ich fordere das syntaktisch, was in den Tabellen steht. Und ja, in der Regel interpretieren wir Konstanten nicht weiter in Datenbanken, sondern nehmen die einfach so, wie sie sind. Gut. Das heißt also, in diesem Sinne ist eine Datenbank eine Menge von Fakten, eine Menge von Formeln, die erfüllt sein müssen, die ich fordere. Und da, mit dieser Sicht, kann ich jetzt rekursive Anfragen darstellen, wie im Beispiel als prädikatenlogische Formelmenge. Hier hatte ich sie Q genannt. Das war also eine rekursive Anfrage. Und ein Fakt P von C1 bis Cn, nicht unbedingt aus dieser Menge, sondern ein anderer Fakt, ein beliebiger Fakt, ist jetzt eine Antwort auf die Anfrage Q auf der Datenbank I, wenn es gilt, dass diese Fakten, die die Datenbank kodieren, zusammen mit der Theorie, die die Anfrage kodiert, den Fakt, der hier eine Antwort sein soll, logisch nach sich zieht. Also das muss eine logische Schlussfolgerung sein. Und das ist eben der Unterschied. Wir sind jetzt nicht mehr beim Model-Checking, beim Auswerten einer Formel über einer Interpretation, sondern wir nehmen jetzt die Interpretation als Faktenmenge, erweitern die mit einer Theorie, die uns eine Anfrage beschreibt. Die beschreibt uns letztlich, wie man zu den Lösungen gelangt oder was die Lösungen der Anfrage auszeichnen soll, wie man sie ermitteln könnte. Und wenn daraus dann folgt, dass etwas Bestimmtes ein Ergebnis ist, wenn das eine logische Schlussfolgerung ist, dann soll das eine Antwort sein. Auf diese Art kann ich also herangehen. Das heißt, hier nochmal zusammengefasst, wir fassen Anfragebeantwortung jetzt als Prädikaten logisches, schließen auf Entailment statt Model-Checking. Okay. Okay, und das ist natürlich notwendig, weil dieses Erreichbarkeitsprädikat, mit dem ich hier arbeite, tatsächlich ja ein neues Prädikat ist. Ich möchte nicht schon eine Tabelle in meiner Datenbank abspeichern, die erreichbar heißt und wo die Ergebnisse drinstehen, sondern ich möchte logisch definieren, wie Erreichbarkeit sich ergibt und dann möchte ich Schlussfolgern, was nach dieser Definition in Erreichbarkeit alles enthalten sein muss. Und darauf basiert dann mein Urteil, ob etwas ein Ergebnis für die Anfrage ist oder eben nicht. Ich kann Ihnen gleich noch ein Beispiel damit zeigen, wie Sie es gerade gesehen haben. Wir hatten also die Anfrage hier, Erreichbar ist der Stadtfakt für Helmholtzstraße und dann diese zusätzliche Formel, die rekursiv sagt, wenn etwas erreichbar ist und eine Verbindung zu etwas anderem hat, dann ist das andere auch erreichbar. Und wir hätten jetzt eine Datenbankinstanz, die ich als vier Fakten darstelle. Das heißt, ich gehe davon aus, ich habe eine Tabelle mit vier Zeilen und die Zeilen sind wie hier dargestellt. Helmholtzstraße, Stadtgutstraße ist mit der 85 verbunden, da können Sie Bus fahren. Regnetshöhe, Zellischer Weg, da können Sie die Straßenbahn nehmen und Schillerplatz und Körnerplatz, das ist auch ein Bus, etc. Also diese Linien kennen Sie. Wenn nicht, dann besuchen Sie mal Dresden, das ist auch touristisch schön hier. Man kann hier auch studieren, ich habe es schon mal erwähnt, wenn Sie die Videos von woanders her hören. Wir haben interessante Masterprogramme, auch im Bereich Logik. Schauen Sie mal rein, Computational Modeling und Simulation hat ein Track Logical Modeling, in dem wir noch viel tiefer und umfangreicher in die symbolische KI und in die theoretische Informatik eintauchen. Und wenn Sie da studieren, haben Sie außerdem die Gelegenheit, mal mit diesen Linien hier zu fahren und vom Schillerplatz zum Körnerplatz über die Elbe zum Beispiel zu gelangen. Das also soll jetzt unser Beispiel sein, diese vier Fakten und wenn ich diese vier Fakten und diese beiden Sätze hier kombiniere, eines davon ist auch ein Fakt, dann folgt daraus eine ganze Menge, aber unter anderem folgt auch, dass Helmholtzstraße erreichbar sein muss. Gut, das ist gegeben syntaktisch, das muss also eine logische Konsequenz sein, aber es folgt eben auch, dass Stadtgutstraße, Recknitzhöhe und Zellscherweg erreichbar ist. Also das sind die, während Schillerplatz und Körnerplatz in dieser Datenbank von Helmholtzstraße nicht erreichbar sind, dem Beispiel zu lieben. Okay, also das sind logische Konsequenzen und Sie sehen, wie das Ganze ungefähr funktioniert. Jetzt fragen Sie sich aber natürlich, das ist zwar schön und gut, wenn wir prädikatenlogische Formeln verwenden, um komplizierte Anfragen zu modellieren und auszudrücken, wie man irgendetwas berechnet, wie man Erreichbarkeit zum Beispiel ermittelt. Aber wir hatten ja gelernt, dass prädikatenlogisches Schließen unentscheidbar ist. Das heißt also, es ist sicherlich eine sehr ausdrucksstarke Sprache, um Datenbanken zu analysieren. Aber was nützt uns das, wenn es am Ende keinen Algorithmus gibt, der die Antworten tatsächlich berechnen kann? Also der alle Antworten findet und damit auch keinen Algorithmus geben kann, der die positiven Antworten, selbst wenn man Semi-Entscheidungsprozeduren verwendet, mit der die positiven Antworten nach einer in irgendeiner Weise vorgegebenen, beschränkten Zeit findet. Das wissen Sie schon, so ist das mit der Semi-Entscheidbarkeit. Wenn man wüsste, also es ist zwar so, dass man die positiven Antworten, die Schlussfolgerungen, die tatsächlich gelten, alle irgendwann bekommt, aber wenn man vorher schon wüsste, wie lange das maximal dauert, dann könnte man das als Trick benutzen, um sicher zu sein, dass nichts anderes mehr gefolgt wird. Das heißt, eine Konsequenz zu einer Situation, wo man Semi-Entscheidbarkeit nur hat, ist eben auch, dass die Berechnung der positiven Dinge, selbst wenn sie gelingt, letztlich beliebig lang dauern kann. Das heißt, es gibt da auch noch ein zweites praktisches Problem, also nicht nur Unentscheidbarkeit, sondern auch extrem hohe Komplexität, also unbeschränkt hohe Komplexität, wenn Sie so wollen. Also so klingt das nicht besonders einladend und man fragt sich, ist das überhaupt möglich, ist das praktikabel? Sie ahnen jetzt vielleicht schon, dass die Antwort hier positiv ausfallen sollte, wenn ich Ihnen das so erzähle, aber natürlich nicht ganz allgemein. Man kann ganz allgemein mit Prädikatenlogik zu viele, zu komplizierte Dinge machen. Man muss sich etwas einschränken, damit man eine Logik erhält, einen Teil von einer Logik erhält, ein Fragment, wie wir sagen, mit dem man praktisch ganz gut arbeiten kann. Und in unserem Fall werden das sein Formen, die die Form einer Implikation einnehmen. Und diese nennen wir Datalog-Regel. Datalog, das ist eine logische Sprache, die tatsächlich eingeführt wurde, vorgeschlagen wurde als eine Sprache zur Formulierung von Datenbankabfragen. Das ist auch schon eine große, lange Zeit her. In den 80er Jahren kam das das erste Mal auf. Damals noch weit vor der Zeit, in der die Rechner ausreichend schnell waren, um solche ausdruckssteigenden Anfragen wirklich zufriedenstellend umzusetzen. Und das Ziel war also explizit bei Datalog, dass man damit Rekursionen in Datenbankanfragen reinbekommt, was eben mit SQL, mit relationalen Algebra allein, nicht funktioniert. Das fehlt uns dort. Und eben in First-Oder-Logic, in Prädikatenlogik erster Stufe, erster Ordnung auch, sofern wir das mit dem üblichen Model-Checking auswählen. Okay. Datalog-Regeln sind also einfach Implikationen. Vielleicht kennen Sie die auch schon aus anderen Lehrveranstaltungen, sind auch eng verwandt mit dem, was man in Prolog kennt. Manchmal wird das auch noch gelehrt als Logikprogrammiersprache. Aber hier ist die Zielstellung ein bisschen eine andere. Also auch wenn das tatsächlich historisch ein bisschen inspiriert wurde von Prolog, daher auch wohl der Name Datalog, ist es doch in der Praxis, in der Anwendung was ganz anderes als das, was Prolog heutzutage ist. Was Sie aber auch haben, sind Regeln. Und auch wie in Prolog, ist die Konvention, dass man das, was impliziert wird, den sogenannten Regelkopf, auf die linke Seite schreibt und den Pfeil umkehrt. Und das also, woraus es folgt, der Rumpf der Regel, in Englisch Body, der wird auf der rechten Seite geschrieben. Und das ist immer eine Konjunktion von Atomen. Das so aufzuschreiben, hat vor allem Vorteile, wenn Sie es in den Computer eintippen, weil Sie auf einen Blick sehen, was gefolgert wird. Wenn Sie es andersrum schreiben würden, würde am Ende der Zeile immer stehen, was gefolgert wird. Das ist nicht so schön zu organisieren. Ich glaube, das ist der ganze Grund für diese Konvention. Okay, also H, der Head, der Kopf, und B, der Body, der Rumpf, sind also jeweils Atome. In diesen Atomen dürfen Variablen vorkommen, x1 bis xl, und die sind allesamt allquantifiziert. Andere Variablen kommen nicht vor. Das heißt also, alles, was hier vorkommt, ist allquantifiziert. Es dürfen auch Konstanten auftauchen in unserer Version hier, aber es dürfen keine freien Variablen vorkommen. Es dürfen auch keine Existenzquantoren vorkommen. Okay, und ein Fakt, diesen Begriff hatte ich schon verwendet, ist einfach eine variablenfreie Regel mit n gleich 0. Was ist n? n ist die Anzahl der Bodyatome, der Rumpfatome. Wenn die 0 ist, dann steht hier nichts als Voraussetzung. Dann steht da einfach, es folgt h. und die leere Konjunktion wird als Vora gelesen. Das heißt also, in dem Fall ist einfach nur h gegeben als Fakt. Ohne Vorbedingungen. Okay, und ein Datalog-Programm, auch diese Bezeichnung, Begrifflichkeit, Programm hier, die kommt wohl auch noch aus Prolog-Tagen. Ein Datalog-Programm p ist eine Menge von Datalog-Regeln, einschließlich von Fakten. Die nehme ich einfach mit zusammen. Man kann das auch auftrennen, aber für unsere Vorlesung reicht das. Okay, wenn man Datalog verwendet, dann ist es üblich, die Alquantoren wegzulassen, so ähnlich, wie wir es auch schon gemacht hatten, als wir die Skolim-Form gebildet hatten, die Klausel-Form dann gebildet hatten für die Resolution. Wenn man weiß, dass alle Variablen, die noch vorkommen, Alquantifiziert sind, dann muss man das nicht extra schreiben, kann man es weglassen. Und deshalb lässt man diesen vorderen Teil, diesen Präfix in der Regel weg und hat nur die entsprechende Regel. Und bei Fakten lässt man dieses Implikationszeichen weg. Also man schreibt nicht die Null, wo die Atome implizieren den Hetzern, man schreibt einfach Het oder Kopf und fertig. Gut. Das also, behaupte ich, ist jetzt praktikabler. Diese Art von Formeln hat ein ganz bestimmtes Format. Ich kann hier viele Dinge der Prädikatenlogik nicht verwenden. Und wir werden sehen, dass man das logische Schließen auf solchen Formeln praktisch implementieren kann. Also das heißt, wenn ich mir nur Antragen anschaue, die ich mithilfe solcher speziellen Formeln ausdrücke, dann kann ich die logischen Schlüsse, die daraus folgern, berechnen, auch in einer vernünftigen Zeit berechnen. Ganz im Gegensatz zur Prädikatenlogik allgemein, die also so komplex ist, dass man die logischen Schlüsse nicht berechnen kann. Okay. Ich möchte das aber die Diskussion für diese Komplexitäten und auch die Berechnung allgemein aufs nächste Video verlegen. Was ich Ihnen jetzt noch zeige, sind einfach noch zwei Beispiele, die dazu dienen sollen, Ihnen ein Gefühl zu geben, was wir gerade definiert haben hier. Das eine haben Sie schon gesehen. Das war tatsächlich also Datalog. Ich schreibe es jetzt ohne die Alquanturen. So sehen also Datalog-Regeln oder ein kleines Datalog-Programm aus. Man kann auch kompliziertere, umfangreichere Regelwerke aufschreiben. Wir haben ja hier etwas umfangreicheres Beispiel. Hier haben wir also vier Fakten zu verschiedenen Familienbeziehungen. Immer schöne Beispiele mit Familienbeziehungen. Da kann man gut Rekursionen dran demonstrieren und gleichzeitig muss man nicht viel erklären, weil jeder weiß, wie das funktioniert. Das ist also hier ein Beispiel mit Vätern und Müttern. Der Vater von Alice ist Bob, die Mutter von Alice ist Carla und so weiter. Und jetzt kann ich verschiedene Regeln formulieren. Zum Beispiel kann ich schreiben, dass jeder Vater ein Älter ist und auch jede Mutter ein Älter. Und Sie sehen schon, ich leite hier aus den gegebenen Prädikaten, für die ich also Fakten habe, die also in der Datenbank vorkommen, neue Prädikate ab. So ähnlich wie die Erreichbarkeit bei Helmholtzstraße sind das Prädikate, die in der Datenbank in der Regel noch nicht vorkommen. Und um das ein bisschen zu unterscheiden, schreibe ich die hier mit Großbuchstaben. Also älter zum Beispiel. Wenn x das Älternteil y hat, dann schreibe ich das in diesem Fakt. Und das kann durch Väter und durch Mütter folgen. Eltern sind Vorfahren. Und es gibt weitere Vorfahren, in denen man schaut, wer die Vorfahren der Eltern waren. Das sind dann auch Vorfahren. Das sind so typische Regeln, mit denen man Transitivität ausdrücken kann. Das haben Sie so ähnlich auch schon gesehen. Hier ist noch eine Regel, die ein bisschen anders arbeitet, die eine andere Art von Rekursion implementiert, die nicht mit Transitivität einfach auszudrücken ist. Das nenne ich gleiche Generation. Also die Idee ist, zwei Individuen sind in der gleichen Generation, wenn sie entweder Geschwister sind oder wenn sie Cousinen, Cousins sind. Also das heißt, wenn sie einen gemeinsamen, gleichabständigen Vorfahren haben. Okay. Zunächst einmal habe ich eine Initialisierung, die sagt, jedes x ist in der gleichen Generation wie x. Also wenn x ein Vorfahren hat und auch wenn x ein Vorfache ist, ist auch y ein Vorfache ist, ist auch y in der gleichen Generation. Diese beiden Regeln sagen eigentlich nichts weiter, als dass im Prinzip alle Dinge, die in dieser Datenbank vorkommen, mit sich selbst in der gleichen Generation sind. Das ist, also kann man leicht sehen, dass jedes Ding, was entweder an erster oder zweiter Stelle dieser Relation hier steht, auch irgendwie an erster oder zweiter Stelle von Vorfacher vorkommt und damit hier in gleiche Generation auftaucht. Das heißt, das ist die Initialisierung. Und dann gibt es eine einzige rekursive Regel, die sagt, wenn x Elternteil v hat und y Elternteil w hat und v und w zur gleichen Generation gehören, dann gehören auch x und y zur gleichen Generation. Und so setzt sich das also fort. Und ich sage, das ist eine andere Art von Rekursion und das können Sie tatsächlich nachvollziehen, wenn Sie sich noch erinnern an das, was wir über reguläre Sprachen und über kontextfreie Sprachen gesagt haben, auch wenn das hier nicht direkt aussieht wie eine formale Grammatik, hat es doch eine Menge damit zu tun. Das Besondere, was hier passiert ist, dass ich von einem gemeinsamen Startpunkt her, wenn ich zum Beispiel so ein x habe oder so ein y, mit dieser Regel zu neuen Ergebnissen komme, die in beide Richtungen von beiden Teilen dieses Startpunkts gleich weit entfernt liegen über die Elterbeziehung. Das heißt also, ich muss genauso viele Elterschritte nach links gehen, wie ich nach rechts gehe. Könnte man sich vorstellen. Also von w aus gehe ich einen Schritt nach y, von v aus gehe ich einen Schritt nach x. Da habe ich den neuen Punkt, wo ich bin. Und jetzt kann ich wieder von x aus einen Schritt in die eine Richtung gehen, von y einen Schritt in die andere Richtung machen, bin ich wieder bei einem gleiche Generationen-Fakt. Und diese Art von Rekursion, die kennen Sie aus den formalen Sprachen, da entsteht sowas wie a hoch n, b hoch n. Also ich habe genauso oft nach rechts geschaut wie nach links. Und Sie wissen, das ist etwas, was nicht als reguläre Sprache darstellbar ist. Also es hat ein bisschen einen anderen Effekt. Und ich könnte mit nur so etwas wie Transitivität, was also Features sind, die ich in regulären Ausdrücken auch habe, könnte ich solche Arten von Zusammenhängen nicht ausdrücken. Deshalb habe ich das hier mal mit aufgeführt. Also Sie sehen, Datalog kann Rekursionen auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Selbst das Beispiel hier ist natürlich noch sehr eingeschränkt, denn ich habe nur Prädikate benutzt, die genau zwei Parameter akzeptieren. Man könnte natürlich auch mehrstellige Tabellen haben in der Datenbank und dann auch mehrstellige Hilfsreaktionen komponieren und in verschiedene Richtungen der Rekursion ausführen etc. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Aber im Grunde sind trotz dieser Vielfalt die Ausdrucksmittel recht überschaubar. Also Sie sehen auch, so kompliziert ist Datalog nicht. Also wenn Sie hier diese Regeln sehen, es gibt halt die Implikationspfeile, es gibt Variablen, es gibt Konjunktionen und das ist im Prinzip schon alles. Also damit ist die ganze Sprache erklärt. Das ist also eine ziemlich einfache Sprache, die viele komplizierte Dinge, die in der Logik vorkommen, geschachtelte Formeln, mehrere Arten von Quantoren, andere Jungtoren etc. ausblendet und nicht unterstützt und dadurch auch didaktisch ein bisschen einfacher ist als die Logik im Allgemeinen. Also ich würde fast so weit gehen, zu sagen, dass jeder Informatiker, jede Informatikerin das nach ziemlich kurzer Zeit verstehen kann. Ja, if-then-Bedingungen, das kann man eigentlich immer gut nachvollziehen. Okay, das soll es gewesen sein für dieses Video. Beim nächsten Mal möchte ich dann darüber sprechen, wie man solche Datalog-Programme denn jetzt tatsächlich praktisch auswerten kann und dieses Ableitungsproblem, was ich hier zur Anfragebeantwortung verwende, entscheiden kann und damit tatsächlich in Richtung praktische Implementierung kommt, wie ich behauptet habe, das ja angeblich möglich sein soll. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.